Schön, dass ihr wieder da seid, Leute. Heute geht es nur um eine Sache. So viele Schwünge wie möglich forcieren. Ich liebe Schwünge. Die meisten von euch lieben auch Schwünge. Ich schwinge auch gerne als Killer. Von daher schauen wir mal, was die Runden heute so hergeben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wie schnell ging die denn bitte down? Egal, wir machen Jen erstmal weiter. Vielleicht kommt er zu uns rüber. Gucken wir mal. Okay, ich glaube er kommt, der gute Oni-Boy. Oh, er ist kicken. Ja, er ist kicken. Und er geht wieder weg. Da gehen wir wieder an Jen. Och ne, Kollege, entscheide ich doch. Aber das Fenster kriegen wir hin, oder? Ei, und da haben wir einen ersten Schwung. Ach, super. Ah, er committet, glaube ich, jetzt. Nein, tut er nicht. Denn er geht wieder zurück. Alter, der liebt diesen Jen. Denn dieser Jen muss verteidigt werden. Ah, warte, warte, warte. Ich glaube, jetzt kann man das Fenster kriegen. Oh, ne, super. Doubleback. Yep, da trifft er uns. Aber vielleicht geht er uns dann auch mal nach. Oder auch nicht. Und, oder? Komm her, komm her. Du siehst auch das Blut. Nice, Jen ist durch. Müssen wir noch gucken, dass wir unseren auch irgendwie durchbekommen. Mal erstmal einen Chase genießen. Hup. Okay, okay, okay. Gehen wir da hoch. Ui, da war der nächste Schwung. Ja, moin. Und er geht weg. Still fast as fuck, boy. Oh, ne, IO-Series war da rum. Nice. Zähl ich auch als Schwung. Warte, jetzt wollten. Hup. Der nächste Schwung. Come on, dran gehen. Oh. Oh, der schlägt wieder. Ja. Give me the swings, my boy. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Ihr müsst aufpassen, denn der kann auch die Kurve kriegen, deswegen... Oh. Ja, ich wollte hier lieber Dead Harden. Hätte er sich gedreht, dann wäre ich wahrscheinlich down gegangen. Das ist nämlich gar nicht so ungefährlich, wenn eine Uni in der Fähigkeit ist. Okay, gehen wir zur Palette. Oh, ich droppe lieber mal, oder? Ja, komm, wir droppen. Ja, er geht einfach weg. Gut, da gehen wir wieder an Jen. Und er kommt halt einfach wieder. Der verliert jeden anderen Jen, Mr. Schwinge-Rino. Aber diesen da wirst du nicht verlieren, ne? Um den kämpfst du. Aber das Fenster kriegen wir hin. Komm her, boah! Okay, okay, okay. Das ist jetzt nicht der beste Loop, aber vielleicht kann ich es ausspiegeln. Nicht da unten, da oben, ja. Ist besser mit dem Baum. Come on. Double back. Ui, ein Feini. Oh, warte, ich lieb's. Stun. Nice. Into the Swing. Er hat nämlich schon wieder geschlagen. Und ich glaube, jetzt kommitte da, weil er kann mich bestimmt nicht mehr ausstehen. Ja, sieht so aus. Kommen Sie mit, Oli Boy. Kommen Sie mit. Ah, ich hol direkt das Fenster. Ich komm bitte. Hat sich gelohnt. Er geht zurück. Äh, wo gehst du lang? Dann gehen wir wieder zum anderen. Oh. Ja, schaffen wir. Wir schaffen die Palette. Und da kann ich ihn auch stunnen, hoffentlich. Nein, können wir nicht. Oh, Sarkasse. To the check we go. Und ich glaube, er lässt uns. Ja, nice. Nächster Gen. Und wir sind gleich geheilt. Okay, gehen wir wieder zum Gen. Wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, ja, er ist an uns dran. Er ist einfach schon wieder an uns dran. Wir hätten nur den Hook am Anfang bekommen, nach ein paar Sekunden. Jetzt verliert er das Game, weil er diesen Gen verteidigen will. Und diese Clodette unbedingt jagen will. Oh, oh. Ne, wenn er Double back, kriegt er einen Hit. Ja. Drehen wir uns ein bisschen in ihm. Wollten dann. Ja, er war verwirrt. Ganz ehrlich, ich habe Adrenalin. Und es ist nur noch ein Generator, Oni. Verteidiger, am besten die Gems, anstatt mir nachzugehen. Äh, er committet. Da heilen wir uns halt. Okay, er sieht uns noch nicht. Ich glaube, jetzt hat er uns im Blick. Ja, jetzt hat er uns im Blick. Double back. Aha, aha, da holen wir das Fenster. Zack. Heilen wir uns weiter. Ich glaube, wir können uns mal was richtig machen. Voll heilen. Okay, warte, 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 warte. Hm, ja komm, ziehen wir durch. Der läuft noch irgendwie ums Check herum. Yes, wir haben's. Oh, da ist er. Hoi, schön. Und da ist Adrenalin, ja moin. Ne, warte mal. Warum ist er so schnell wie ich, wenn ich Adrenalin... Der muss Nöte haben. Schön. Ich glaube, der hat Nöte. Aber mir geht's ja sowieso nicht ums Entkommen. Ich will den Adrenalin-Kick haben. Und dieser Chase macht Bock. Der macht richtig Bock. Der Typ ist nicht schlecht. Der versucht, meins zu game. Bam. Äh, Fenster. Ne. Da er direkt zurückgeht. Vault. Wow. Nöte. Aufhängen. Trotz Nöte. Und er hat sie. Oh nein. Irgendwie müssen wir die retten. Irgendwie. Nur wie. Come on, come on, come on. Du bist im Totem. Ja, ich kann dich easy hochhalten mit dem Adkit, das ich bekommen habe. Aber mir ist es nur wichtig, dass die drei Mates inkommen. Das ist eine SWF. Guck mal, die haben alle das gleiche Kürzel davor. Warte, 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 warte. Will er mich? Ja, er will unbedingt mich. Ey, Kollege, ich habe nichts dagegen zu sterben. Die anderen drei werden dann kommen. Aber der Timer ist schon ziemlich weit unten. Sobald die Gehalt ist, wird es sehr problematisch. Okay, cool, okay. Okay, die Doublebacks. Gehen wir zum Check. Oh, und jetzt ist der Timer. Ja. Also, wir werden nicht hinkommen. Aber ich hoffe, ich kann noch ein bisschen Zeit rausholen, damit die hinkommen können. Warte, ich glaube, hier wollten wir. Er wird wahrscheinlich direkt in uns reinlaufen. Dann der Teil. Ja. Bup. Nice. Und die anderen sind hoffentlich raus. Yes, sind raus. GG. GG. Damit kann ich leben. What? Oh mein Gott, ich habe den aus Versehen aufgedeckt. Ich wusste nicht mal, dass der da ist. Alter, Ghostface. Ja, den Hit, das ist dir verdient. Weil das Aufdecken war ultra random. Schön. Ich brauche Schwunger. Der hat nicht mal aufs Dead hat geschwungen. Jetzt aber. Braver Boy. Komm, mach put. Dankeschön. Ja, gehen wir zum Killer Shack. Da kann man immer gut Schwunger in Fenstern forcieren. Buh. Hab ich doch gesagt. Und der erste Gen ist durch. Oh, ein Walter. Ein Walter. Okay, warten wir mal kurz, dass er wieder schwingt, hoffentlich. Ei. Oh, ich mag es. Okay, okay, okay. Warte, kein Ruh. Ja, er double weckt. Er geht wieder durch. Are you kidding me? Wie oft willst du denn walken? Jetzt muss ich die Ballette wasten. Das hat ihm tatsächlich was gebracht. Come on. Nice. Ghostface. Such dir am besten wen anders. Er hat sich wen anders gesucht, aber ich stehe halt schon wieder hier und enthülle ihn. Ja, komm. Den Sonner. Bäm. Ich glaube, der will nur mich. Ich verstehe nie wieso. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, warum die Killer denn immer nur mich wollen. Warte. Oh, ja, das ist ein gutes Jungle Gym. Direkt wollten. Zack. Dann da rum. Er geht nochmal nach. Ich kann mir vorstellen. Warte, wir gehen jetzt an die Palette. Weil ich denke, der geht, macht einen Double Back. Ja, safe, oder? Ja. Er hat einen Double Back gemacht. Und jetzt kriegen wir das Fenster wieder for free. Hup. Wo ist er denn hin? Gehen wir lieber mal zum anderen Loop, weil ich habe ihn aus den Augen verloren. Ach, da ist er. Warum verdeckst du dich? Warte. Bäm. Und er hat schon wieder geschwungen. Alles klar, gehen wir wieder zum Jungle Gym. Weil ich glaube, er lässt von uns ab. Oder? Bye. Have a great time. Come on, my boy. Come on. Nöte. Immer nöte. Ja, der Bill weiß, dass ich zum Rentner-Club gehöre. Good boy. Ungeliehene Zeit. Nice. Komm. Ich hole dich head on. Hey, schöner Schwung. Aber gib mir noch einen Slap. Dankeschön. Oder sind wir safe raus? Wir haben noch Dead Hard. Und das Tor hier vorne müsste... Ja, ist offen. Perfekt. Ja. Der kriegt er mich nicht. Aber ich will noch einen Schwung forcieren. Warte, 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 warte. Come on. Yes. Nice. Sehr gut. Oh, da kommt eine Huntress. Lass doch nicht immer direkt los. Ja, die wird bestimmt euch ja zuerst nachgehen. Nehme ich an. Yes. Da gehen wir wieder an, Jen. Okay, hat sie... Oh, sie hat mich gesehen. Links rum, bitte. Nice. Und jetzt rechts rum. Äh. Ja, moin, Kate. Wie siehst du dich? Warte, vielleicht beim zweiten Mal. Kate, alles gut? Alles bestens bei der Kate. Werfen. Nein, es war kein Stun. Ja, good job, Huntress. Äh, ein bisschen Distanz gewinnen. Warte, warte. Wenn sie reinkommt, wollt mal. Slow. Come on. Schön. Ich zeig mich. Come on. Ja, sie sieht mich. Perfekt. Wir können mal einen langen Run ums Haus machen. Wir haben da Heuballen. Das heißt, du willst mich nicht treffen. So, hinter den Heuballen. Schön. Bin nur an der Klimaanlage hängen geblieben. Oh, warte, warte. Dad hat. Nice. Das ist nicht so ein starker Loop. Außer, sie hält die Waffe oben. Dann ist sie noch langsamer, als sie eh schon ist. Breed Drop. Genau. Und jetzt will ich mal Schwünge, Huntress. Give it to me. Ach, genau. Ja. Oh, sie macht es nicht kaputt. Wow. Dann wieder drüber. Wieder zurück. Buh. Oh, das ist so geil. Ich lieb's. Und, äh, sie lässt von uns ab. Kommt sie her? Oh, ja, sie kommt her. Sie kommt her. Okay, okay, okay. Bitte zieh die Axt. Bitte, bitte, bitte. Nice. Ausweichen. Perfekt. Jetzt können wir das Fenster nehmen. Keine Palette gewastet. Oh, Achtung. Ja, easy. Das ist ein starker, starker Run hier. Mit dem Fenster into the Palette. Oh, sie macht Spoon kaputt. Aha. Oh, ach. Sie sah knapp aus. Oh, geht zurück. Dann gehen wir wieder an Jen. Ja, komm, geh mal ran. Nein, sie kommt schon wieder. Okay, so rum. Langsam gehen. Vielleicht verliert sie mich. Ja, sie verliert mich. Dann gehen wir direkt wieder an Jen. Och Mädchen, lass mich doch an Jen machen. Was habt ihr denn heute dagegen, dass ich Jens mache? Why are you running? Why are you running? Okay, sie zieht die Axt nicht. Sie geht einfach straight nach. Das ist schlecht. Oh, sie zieht sie. Perfekt, perfekt, perfekt. Umso mehr Runs können wir machen. Oh ne, mein Finger... Nein, mein Finger ist vom Joystick abgerutscht. Oh, sie kriegt mich. Ja. Nein, mein Finger ist abgerutscht. Drehen, drehen, drehen. Und dann zur Palette. Nice. Three Drop. Sehr schön. Komm, zieh. Perfekt. Wieder. Come on. Come on, trau dich. Genau. Ah, sie macht sie kaputt. Leute, macht Jen. Sie spielt schon so lange mit der. Oh, warte, warte. Oh, vielleicht muss ich das haben. Ja, ein bisschen neu. Warte. Bam. Schön. Three Droppen. Und sie lädt schon wieder nach. Okay, wo geht sie hin? Da kommt sie schon wieder, oder? Yep. Wow, den Vault habe ich jetzt gar nicht erwartet. Aber wir haben hier die Palette. Also drüber. Die musst du kaputt machen. Gut, clever. Die muss kaputt gemacht werden. Okay, okay, okay. Wir gehen ins Main rein, weil ich habe hier gar nichts mehr. Bitte trifft mich nicht. Bitte, bitte, bitte rum. Oh je, das war, glaube ich, knapp. Okay, sie kommt. Nein, du blöde Kuh, ey. Warum bleibe ich an der Kuh hängen? Wieder zurück wollten. Oh, sie geht, glaube ich, wem anders dran. Wir machen Jen dann. Nice, Sue. Oh. Der war bestimmt nicht für mich bestimmt. Wir gehen mal ins Tor. Ja, seht ihr? Die ist an wem anders dran an der Fang. Oh, ich glaube, jetzt will sie mich. Okay, okay, okay. Nice try, nice try. Ich mag eigentlich mittlerweile TNL Vaults so sehr. Come on, Vault mal. Schön. Sie geht double back, ja. Da kann man die andere Seite walten. Dass er auch die Axt nicht zieht. Okay, okay, okay. Jetzt geht sie normal nach, oder? Ja. Wir gehen mal wieder auf die Seite. Oh. Oh, wir gehen mal ausweichen. Wir baiten. Nice. In sie rein und weg. Oh mein Gott. Und sie geht nachladen. Dann gehen wir zum Tor auf der anderen Seite. Come on. Ja, ich würde sagen, GG's. Warum bleibt ihr denn noch drin, ey? Das ist so ein Quatsch. Ah, anyway, GG. GG.